Hallo liebe Gaming-Freunde und willkommen zurück zu The Last of Us und wir werden uns jetzt durch diese Tür wagen, wo wir in der letzten Folge den Klicker beiseite geschoben haben, ganz lieb und nett. Und ich glaube, ich bin froh, dass die Viecher blind sind. Ich weiß es noch nicht genau. Schauen wir mal, ich bewege mich ganz vorsichtig lieber voran. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hier ist nichts drin anscheinend. Was ist das? Zusätze verbessern deine Überlebensfähigkeiten. Okay. Immer schön lauschen. Oh mein Gott. Ja, Ellie, so fühle ich mich auch gerade. Alles okay, alles cool. Ach Mann. Also, geh an dem Stuhl vorbei einfach, dann ist alles gut. Sei bloß nicht zu laut. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Das wird aber nicht der einzige gewesen sein, das glaube ich nicht. Ich bin ganz schön angespannt. Ich bin ganz schön angespannt. Ich bin ganz schön. Ich bin ganz schön. Oh mein Gott. Ja, dem geht es nicht so gut. Offensichtlicherweise. Ich schaue vorher noch, ob hier etwas zu finden ist. Oh, mit dem Messer? Ehrlich? Wenn hier schon Steine rumliegen, bin ich lieber vorsichtig. Ah, was noch immer das war. War wohl Wasser. Nehme ich. Ah, guck mal. Das ist für meine Fähigkeiten, um die zu verbessern. Das ist cool. Und hier waren wir gerade. Okay, ich werde dann wohl mal ein Messer opfangen, glaube ich. Geheimes Lager. Hier haben wir eine Flasche. Sag nicht, hier liegt nur eine Flasche rum. Ach nee, schau mal. Ui. Ui. Das hat sich doch gelohnt. So, das Tape ist voll. Machen wir mal noch eine Klinge. Was hast du da gemacht? Egal. Ah, das hat sich, denke ich, gelohnt. Dann wollen wir mal heute. Und, wie sieht's aus? Seid leise, bitte. Bitte, bitte, bitte. Wirst du mehr auf? Okay. Come on, big guy. Let's go. Clickers? Oh, shit. Go, go, go. Okay. Okay. Nein, die sehen uns ja nicht. Das ist ja das Gute. Was? Bist du doof? So, geh da hin. Na? Den will ich mir nämlich greifen. Hahaha. Hi. Ich habe einen Klicker getötet. Mein erster Klicker. Okay. Ah, da unten liegt noch was. Das will ich haben. Es ist nur eine Flasche. Oh, mein Herz, Leute. Mein Herz. Da liegen überall nur Steine und sowas, ne? Sieht ganz so aus. Steine und Flaschen. Dann nehme ich das mal. So, runter da. Ich denke, das ist es. Gehe ich mich nicht hier rüber? Doch. Äh, was sie hier? Sei nicht so laut, Joel. Bitte. Ich glaube nämlich nicht, dass das alles war. Anklickern. Ja, das ist verrückt. Just, don't look down. Are you serious? Oh. Das sind ja schon fast halsbrecherische Aktionen. Oh, Gott. Oh, Gott. Komm, Allie. Ja. Don't look down. Just don't look down. You're okay. We got a way through. Oh, boy. Poor human, man. Gott, ich höre sie doch. Ja. Da unten ist einer. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Zum Ausrüsten gedrückt halten. Okay. Ah, eine neue Waffe. Sehr gut. Aha, aha, aha. Waffenplätze habe ich also. Du kannst mehr Waffen mitnehmen, als du Halfter hast. Zusätzliche Waffen werden in deinem Inventar abgelegt und können gegen eine ausgerüstete Waffe ausgetauscht werden. Wähle eine Waffe zum Austauschen aus. Halte X gedrückt, um dein Inventar aufzurufen. Schalte durch das Inventar, bis sich deine gewünschte Waffe mit Ausrüstungsplatz befindet und dann lasse X los. Okay. Und dann kann ich X gedrückt halten. Ah. Eine 9mm Pistole. Das ist die, glaube ich. Runner haben wir hier. Scheiße. Nee, das da unten ist doch ein Klicker. Da haben wir einen Runner, glaube ich. Ja. Okay. Okay. Oh, ich wollte gar nicht das Messer nehmen. Das war der falsche Knopf. Aber schön siehst du aus. Oh, das nehme ich mit. Und den Stein. Oh, WTF. Oh mein Gott. Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist. Da ist noch ein. Direkt dahinter. Okay, der eine ist ein Klicker. Sollte der hören, wenn wir... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Lass mich, lass mich, lass mich, lass mich. Da. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Haut alle ab. Ich bringe euch um. Hoffentlich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Messer, Messer, Messer. So, und du gehst auch weg. Oh Gott. Ja, ich mach mal so eins. Ui! Das war aufregend. Ich möchte mich heilen. Warte. Ach. So ging das. Immer mit R1. R1, R1. Boah. Ich dachte, ich stelle mich so gut an. Ich hätte auch hier lang gekonnt. Okay. Aber sonst liegt hier nichts rum, oder? Ich denke nicht. Ich lasse es lieber dunkel. Alles okay hier. Das ist Ellie. Aber ich glaube, hier geht es gar nicht lang. Und hier hoch? Ach, schau mal. Hier könnte es lang gehen. Ja. Ups. Ach, guck mal. Das nehme ich mit. Gut, dann mache ich euch mal den Weg frei, Mädels. Was, ne? Los. Würdet ihr bitte? Ähm. Kann ich loslassen? Achso. Dann rüber da, Joel. Das nehme ich mit. Und das nehme ich mit. Alles klar. Da sagst du was. Natürlich. Was ist denn da wieder voll? Das finde ich nicht in Ordnung. Die Medikids, oder was? Davon kann ich keine mehr herstellen. Achso, nee. Meine Energie ist voll. Das ist ja so Vorteilung. Was, schon wieder runter? Hier? Achso, hier. Ist hier noch jemand? Ich hoffe nicht. Kann ich hier runter? Nein. Hier soll ich nicht runter. Ganz offensichtlich. Hier. Das ist voll. Okay, dann. Ich habe auch gar keine Messer mehr. Dann mache ich mal zwei. Äh. Du solltest das schon nehmen. Danke. Vielleicht solltest du kein Medikit verwenden. Lieber nicht. Psst. Oh ja, bitte. Oh Gott. Der sieht auch nicht mehr ganz frisch aus. Da ist noch Wasser. Oh, Alkohol. Ich schätze, wir müssen hier hin. Wie gut, dass ich niemanden höre. Wohin nun? Hier drunter. Ich höre nichts. Das ist gut. Das hört sich nicht gut an. Das ist sie klar, ne? Ah, ich sehe auch nichts. Oh, da ist noch was. Nehm ich. Alles klar. Oh Gott. Huch, Molotow. Setze Molotow-Cocktails ein, um viele Gegner auf einmal zu erledigen. Ein brennender Gegner kann sogar andere entzünden. Mit L1 kannst du den Molotow-Cocktail im Bogen werfen, um Gegner zu treffen, die in Deckung gegangen sind. Geh sorgsam mit deinen Vorräten um. Für Molotow-Cocktails brauchst du die gleichen Bestandteile wie für Medikills. Ah ja. Okay. Bevor ich hier wieder überziehe. Oh, ein Stein. Würde ich sagen, war es das für heute. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Diese ganzen Infizierten. Da liegt noch jemand. Und diese Geräusche hier machen mich kirre. Jedenfalls danke ich euch vielmals fürs Zusehen, Kommentieren, Liken und was ihr nicht sonst alles für mich tut. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.